So, wir haben folgendes vor. Ja, keine Einleitung. Und zwar, das ist unsere Arena und da links und rechts sind die Bällchen, die man mit diesem Schalter betätigen kann. Jetzt kommen wir wieder Normalität, kann eintreten. Los. Ganz stark. Wie, mach irgendwas. Ist das wirklich Normalität? Guck mal alle zu der Tussi außen. Ja, ja, wo ist die? Gibt es hier eine Tussi? Da ist sie ja. Ich hab sie. Bonne Tussi. Ich hab sie erkunden. Oh nein. Alle auf dem Haugen, alle bleiben auch draus. Ach da. Ach du willst nochmal draufhauen, dass wir alle sterben? Alle hier. Oh, es ist Shell. Aber wir spawnen außen. Ja, mach. Bist du mich umringt? Und, los geht's. Okay, los. Oh, ich bin außen gesessen. Und, ich spawnen ja außen. Und, los geht's alle außen. Oh, blieb. Oh, scheiße. Bist du? Ja, komm, komm, es geht schon los, geht schon los. Du musst reinfliegen. Oh nein, nein, blieb, nein. Oh, blieb, man rutscht. Nein. Nein, blieb, nein. Scheiße, du bist doch. Da ist eine, da ist eine Kugel schon rausgekommen. Ach so, blieb. Ja, wer fliegt denn da, Bonne, Bonne? Schön, der drü- Oh. Ey, was? Ich konnte nicht rein. Ach so, wir sind jetzt. Er muss von außen mal reinfliegen. Ja, deswegen hab ich doch gesagt, wir müssen die Arena hier komplett groß bauen. Aber nein, nein. Nein, der Herr-Killer wollte es nicht. Er muss links-klick machen. Nein, scheiße. Ich bin runtergefahren. Oh nein. Ja, ich hab's nicht. Nein, was ist das? Ich häng hier fest. Ja, ich bin drin, ich drückgeglaubt. Ja, ich bin drin, ich drückgeglaubt. Ja, ich bin drin, ich drückgeglaubt. Oh, sterb vor meinen Boden. Nein, wer kommt da, wer kommt? Let's ja, nein. Hey, diese wollen alle zu mir, glaube ich. Was ist da los? Nein, blie, blie, blie. Jawoll. Oh, shit, ey, jetzt haben wir aber ein Problem mit den Böhnchen da. Oh, 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 alle hoch. Da, da, nein. Blie, was da, der Scheiß. Oh, ich bin echt immer draußen, das ist übel. Ja, ich bin einmal bisher nur in gespawnt. Ey, oh. Ah, blie, okay. Nicht auf mich schießen. Oh. Oh, die Dinger verfolgen, nein, 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 ja, 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 oh, nein, fuck, blie, ich wollte dich da eigentlich noch, blie, blie, nein, 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 ich bin runtergefallen, nein, das kommt nochmal, das kommt nochmal, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin echt tot. Scheiß, blie, 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 nicht hoch, fliegende Schlamine. Scheiße. Scheiße. Nein, blie, nein, blie, nein. Oh, fuck, ey, ich rutsche da drin rum, das gibt's gar nicht. Nein, da nicht auf mich. Oh, Fletcher. Wo ist das Böhnchen, muss das Böhnchen, wie darfst du die ausflippen? Bin hier unten. mir fällt gerade auf, dass diese heiße Eisenstangen, die man hier abschießt, irgendwie wie Karotten ausschauen ja, das sind Karotten oh, heiße Karotten oh mein Gott, was ist hier los? oh mein Gott oh nein, oh, ey, mich hat mich ja fett schon gebrochen oh, okay, ich gehe wieder rein, ey, wir müssen nächstes Mal die Arena viel größer bauen, viel größer ach, wie süß, diese kleinen Bällchen, oh, ich bin tot nein, ich schaffe es nicht rein, ey ja, ja, wer schafft es nicht, sehr gut oh, Fletcher Fletcher, Fletcher ja, Fletcher hat es nicht geschafft, oh shit, ich komme oh mein Gott, ey, ist das rutschig hier ey, das ist das rutschig ja, man kam da gar nicht rein weißt du, jetzt steht Fletcher da hinten und pimmelt mich um nein oh mein Gott ja, das ist rutschig da oben, das sind eigentlich die ganzen Minen, wer macht mal hier die Minen kaputt ja, machst du kaputt, machst du oh, oh jawollah das waren zu viele einfach okay, kommt, kommt Leute ja, ich bin hinten, ich bin beim Schalter nein, Bli, nein oh, ich hänge, ich hänge, scheiße, ich hänge ich kann nicht weg bist du da hängen geblieben? ja, aber ich kann nicht, wenn du da reinkommst da rein kann ich inschießen, glaube ich nee, kann ich nicht warte mal nein ey, ich habe in meine Scheiße geschossen du machst in deine Scheiße geschossen ja, ich meine, ich habe... warte mal, warte mal hey Leute, drück mal den Knopf, dann kommt Killer aus dem, aus dem übelsten Rohr raus guck mal hier ich bin die, ich bin die Killer-Kanone ha 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 drück mal auf, ihr müsst auf den Knopf draufklicken ja, komm ist ne Ding ja, 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 ich bin dann zum Einsatz bereit oh, Blätschern ja, Blätschern ich habe, jetzt bin ich gut versteckt hier blieb, der alte Stinkerlein höh, ich niemals ich muss, ich bin dann off okay ja, okay bis dann, gell ich wünsche euch noch Spiel, viel Spaß bei eurem, ehm Stadium hier mit Dings hier auch Karotten-Dings wir wünschen dir auch viel Spaß bei deinem Licht-Karotten-Stadium aha, Licht-Karotten nicht, nicht ach so ach, schade ja, ich bin halt Maschine, ne? du bist eine Maschine, du bist ja keine Handy-Maschine pass mal auf, Blätschern jetzt will ich deinen Spot treffen guck mal, hier wie meinst du dazu? Aua Doppel oh, ich häng, ich häng oh, ich häng auch nein, Blä, nein, Blä guck mal, wo Flätschern sinds da? ja, der alte Hacker blä, der alte Hacker und Spaßredecker weißt du, wie wir das jetzt machen, wie uns? wie machen wir das? oh mein Gott ja neiii neiii hab ich im Sprung getroffen ja, ich hab's gemerkt oh, ich bin schon bereit ja, ich bin schon bereit nein man ist doch sicher hier drin, man ist doch schön sicher ey, ey, vorsichtig nein 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 ich konnte nicht mehr zielen, ey dann schmeiß da einfach ne Granate zu ihm rein, verrückt, ey guck mal, guck mal, was Flätschern macht ey, guck mal, Flätschern Flätschern könnte ein bisschen Granate zu ihm reinschmeißen, komm ja, komm, wir schaffen das ja, komm, wir schaffen das ey, wir müssen höher, Bli, äh, Bli, wir müssen mal kurz zusammenarbeiten ey ich treffe gleich ich hab's im Morin pass mal auf fast ooooooh ich hab's gerade getroffen das ist auch gut bli, bli ich bin auch rein was ist der nächste rein, okay, der geht trocken ja, ich bin drinnen ja, Killer, geh rein ja, geh ich mal rein ja, geh ich mal rein hab auch 9 HP ihr dürft aber nur auf der Barina stehen, ihr dürft nichts woanders hin wo, wo wo ihr dürft nur, also ihr dürft nur in der, in der Arena halt stehen ihr dürft einfach nicht übernehmen, ja, ihr macht's schon richtig, ihr macht's schon richtig oh, die war lächerlich ich schieß die weg, wenn sie rum oben drauf, oder? ihr müsst schon oben rein, ja, du kannst da oben auch drauf, wenn du da drauf springen kannst oh, war die knapp oh, Leute oh, tatsächlich, die war getroffen, ich weiß das nicht ich weiß das nicht ich weiß das nicht ich weiß das nicht guck mal, Fletcher, ob ich treff, ob ich treff, ich weiß nicht ha schmeiß ja ah und jetzt, jetzt musste Blee auch noch drei klauen Blee, Fuzzy nein ich guck genau, hinter dich die Granate geschmissen ach, ich versteck mich, ich versteck mich, ich leg mich nicht oh so ich versteck mich versteck mich, versteck mich oh so kann man das doch auch machen guck mal oh oh bleh bleh war ich nicht bleh? warst du das nicht? fuck nein ich hab mich versteckt, such mich mal ok hahaha irgendwas echter ich hab nur, ja einfach mal da hingepackt in die Ecke, ne ey, ey, lass jeder so ne Mine nehmen, das ist echt geil, mit den Minen schmeißen, oder witz? ey, nicht mit Auto, das wird Mim oh oh guck mal oh, meine ist rausgebrochen meine ist rausgebrochen oh ok, Achtung oh so gibts noch ein paar Minen hier gibts mir grad das Boden naja, bleh, bleh, schießen so, den hier oh ich hab keinen Flazer von einfach mit der gelben Waffe, mit der gelben ach so ich hoffe ich dass voll das Tier bin meines Wissens kann mich niemand besiegen, Hilfe, 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 Hilfe oh scheiße scheiße ey ich geh gebläht oh ich hab nie mal, ich hab dieses Level in der Hand gehabt scheiße scheiße er kommt mit nem Mülleimer schmeiß mein Mülleimer nach dir oh es ist ja schonmal, es ist ja, es ist ja, es ist ja, man kann ja wirklich sehr viele Spiele machen Fletcher versucht sich zu knallhacken mit aha bleh aha was war das denn nein, nein oh oh hey, guck mal wie das Fletcher macht Fletcher eskaliert voll ja, nein wo ist er denn? wo ist er denn? ah boah hab ich nicht, ich könnte gesnipet ja ah my girl wer 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 oh, hier warte 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 bam 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 oh ja, ein ganzes Auto, ja klar, klar wer kommt hier zu mir ich komm zu dir kleiner Bär deine Mutter deine Mutter deine Mutter ist auch ein kleiner Bär ist was dann oben dabei, oder was? babbeln, du bist was dabei haha, nein jetzt hat sich's ausgestiegen, dein Freund nein, er kommt noch näher ran, ey haha, nein da springt der Flücher einfach oh nein nein scheiße ja, hier draußen, nein, hier draußen ich hab eine von draußen die sind viel stärker oh, das ist ein wildes ja, ein wildes, ein wildes Wunderbund haha, scheiße, nein nein, nein, nein ah, nein ah, nein, da wollte er nein, da wollte er nein, da wollte er du hast mir geklappt oh, ich will ihn doch da oben rausschießen nein, nein hat da oben ja, knapp ja, geschafft jetzt holt mich mal den Schnee oh nein haha, oh, dein Glück, ey ja, wer seid ihr denn guck mal, hier kann man die Tür so aufmachen guck mal hey, du hast mir da oben eine reingeschossen die hat mich hunder geschossen ja oh mein Gott ja haha, hör die bock da oben drin die schießt mich raus haha, manhacks manhacks Mannhacks manhacks Waldo wir schießt mit manhacks, komm schon BINDEFLEDGE, ist das so nein, BLEI 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 Versteck dich, BLEI, versteck dich, versteck dich NINE, komm rein aaaaaaaaaaah Was ist denn da los? Ist es halt hier drinnen? Warte, nicht mehr, nicht mehr! Schon wieder? Nein, komm rein Du kannst von außen auch Das glaub ich nicht Schnell, schnell, mach das Ding an Schnell Okay hoch, hoch Geil Ey, komm hoch die haben die Faschlinge runtergemacht du sagst mir leid also die Fressen auch wenn man schwebt scheiße guck mal hier, durchs Glas sieht man es ey, was ist das hier, oder? scheiße, scheiße, siehst du ey, das ist ja übel geil hier hier, 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 wo ist eigentlich Fletcher? Fletcher, wo bist du eigentlich? ja, wo draußen er spawnt die, oder? also das ist Stripe dann rüsiger na klar wärst du da runtergefallen, grunzend nein, nein, da sind die Leute oh fuck, die Leute, das rückwärme an der Fahrstelle schnell, ich brauch den Fahrstelle ok, ich geh in den anderen aber fahr doch nicht runter oh, die sind da unten ok Panisversammlung scheiße, die Fahne, die Granate, die Granate da ist doch Fleisch hier draußen der, komm rein ja, die liegen noch runter jawollah was mit dem machen wir jetzt hier so ein ganz ungezogener Bombenleger Glee wer Bombe legt Glee, hier, guck mal hier oh mein Gott ich muss entschärfen ich lass einfach schnell den Fahrstuhl runterfahren ich denke, hier oben überleben wir oh mein Gott ja komm das war mal so ich hab zwar keinen Atompilz gesehen aber ordentlich rumfliegerei ok ich flieg jetzt mal einen Atompilz und durch ihn zerzeugt geht oh Gott ich hab's erst geschafft aber dann doch nicht ok ey, da steht immer noch ziemlich viel das ist ja merkwürdig ok, ich spiel auch mal nimm mal die schöne ok ich warte ich warte oh Dankeschön für's mitspinnen lassen ja auf jeden Fall war cool, ja bis dann bis dann, tschau tschau